Es war an einem Sonntagmorgen im Herbst und der Buchweizenblüte. Die Sonne war strahlend am Himmel aufgegangen, der Morgenwind strich über die Stoppeln, die Lerchen sangen in der Luft, im Buchweizen sumpen die Bienen. Die Leute gingen in ihren schönsten Sonntagskleidern zur Kirche. Alles lachte, war vergnügt und der Igel auch. Der Igel stand vor seiner Tür und guckte zufrieden in den Morgenwind hinaus. Er trällerte ein Liedchen vor sich hin, so gut und so schlecht, wie es eben ein Igel am Sonntagmorgen konnte. Wie er nun so halblaut vor sich hin sang, fiel ihm ein. Solange meine Frau die Kinder wäscht und anzieht, kann ich ja im Feld spazieren gehen und mal sehen, wie meine Steckrüben wachsen. Der Igel machte sich auf den Weg zum Felde. Er war noch nicht weit gegangen, da begegnete ihm der Hase. Als der Igel ihn erblickte, wünschte er ihm einen freundlichen Guten Morgen. Der Hase aber, der ein vornehmer Herr war und furchtbar hochnäsig dazu, erwiderte nicht den freundlichen Gruß des Igels, sondern sagte eingebildet und voller Hohn. Was läufst du denn hier am frühen Morgen im Feld rum? Ich gehe spazieren, sagte der Igel. Spazieren, lachte der Hase. Ich finde, du solltest deine Beine zu besseren Dingen benutzen. Über diese Antwort ärgerte sich der Igel sehr. Er konnte alles vertragen, aber auf seine Beine ließ er nichts kommen, weil Igelbeine nämlich von Natur aus krumm sind. Du bildest dir wohl ein, sagte nun der Igel, dass du mit deinen Beinen mehr anfangen kannst? Aber gewiss, sagte der Hase. Nun, das kommt auf einen Versuch an, meinte der Igel. Wart ab, wenn wir um die Wette laufen, lauf ich an dir vorbei. Das ist nicht Lache, du mit deinen krummen Beinen, sagte der Igel. Aber meinetwegen, wenn du so übergroße Lust hast, was gilt die Wette? Einen Goldtaler und ein Buddelschnaps, sagte der Igel. Angenommen, sprach der Hase. Schlag ein, dann kann es gleich losgehen. Nein, so eilig ist es nicht, meinte der Igel. Ich bin gerade aufgestanden. Erst will ich mal nach Hause gehen und ein bisschen frühstücken. In einer halben Stunde bin ich wieder zur Stelle. Damit war der Hase einverstanden und der Igel ging los. Unterwegs dachte er bei sich. Der Hase verlässt sich auf seine langen Beine, aber dem werde ich es schon zeigen. Er ist zwar ein vornehmer Herr, aber trotzdem ein dummer Kerl. Und bezahlen muss er doch. Als dann der Igel zu Hause ankam, sagte er zu seiner Frau. Frau, zieh dich schnell an, du musst mit mir aufs Feld. Was gibt es denn, sagte seine Frau. Ich habe mit dem Hasen um einen Goldtaler und eine Buddelschnaps gewettet. Ich will mit ihm einen Wettlauf machen und da sollst du dabei sein. Oh mein Gott, Mann, schrie die Igelfrau. Bist du verrückt geworden? Wie kannst du mit dem Hasen um die Wette laufen? Halt den Mund, Weib, sagte der Igel. Das ist meine Sache. Misch dich nicht in Männergeschäfte. Los, zieh dich an und dann komm mit. Was sollte die Frau machen? Sie musste ihm folgen, ob sie wollte oder nicht. Als sie nun miteinander unterwegs waren, sprach der Igel zu seiner Frau. Nun hör gut zu. Sieh mal, da hinten auf dem langen Acker wollen wir unseren Wettlauf machen. Und dabei wird der Hase in einer Ackerfurche laufen. Nun hast du nichts weiter zu tun, als dich hier unten in die Furche zu stellen. Und wenn in der anderen Furche der Hase ankommt, dann rufst du ihm entgegen. Ich bin schon da. Mit diesen Wurten waren sie beim Acker angelangt. Der Igel verwies seine Frau auf ihren Platz und ging selber den Acker hinauf. Als er oben ankam, war der Hase schon da. Kann's losgehen? Fragte der Hase. Ja, dann mal zu, sagte der Igel. Und damit stellte sich jeder in seine Furche. Der Hase zählte. Eins und zwei und drei. Und los raste er wie ein Sturmwind den Acker hinunter. Der Igel aber lief nur so drei Schritte. Dann duckte er sich vor der Furche nieder und blieb ruhig sitzen. Als nun der Hase in vollem Lauf unten ankam, rief ihm die Frau des Igels entgegen. Ich bin schon da. Der Hase stutzte und wunderte sich nicht wenig. Aber er zweifelte nicht, dass es der Igel war, der ihm das zurief. Denn bekanntlich sieht die Frau eines Igels ja genauso aus wie ihr Mann. Der Hase aber meinte, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Und er rief, nochmal gelaufen, wieder zurück. Und ab jagte er wieder wie ein Sturmwind, dass ihm die Ohren nur so um den Kopf flogen. Die Igelfrau aber blieb ruhig auf ihrem Platz. Als nun der Hase oben ankam, rief ihm der Igel entgegen. Ich bin schon da. Der Hase war ganz außer sich vor Eifer und schrie. Nochmal gelaufen, wieder zurück. Macht mir nichts, antwortete der Igel. Meinetwegen, so oft du Lust hast. So lief der Hase noch 73 Mal und der Igel hielt immer wieder mit. Jedes Mal, wenn der Hase unten oder oben ankam, sagte der Igel oder seine Frau, ich bin schon da. Beim 74. Mal aber kam der Hase nicht mehr ans Ziel. Mitten auf dem Acker stürzte er auf den Boden und blieb erschöpft liegen. Der Igel aber nahm seinen gewonnenen Goldthaler und die Buddelschnaps, rief seine Frau aus der Furche zurück und beide gingen vergnügt miteinander nach Hause. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Die Geschichte war so schön. Hm, ich muss heute über Sport reden. Können wir nicht ein anderes Thema machen? Ne? Oder gehört Schaukeln zu Sport? Hola, ich bin Susi von Burnout Coaching Berlin und du hörst meinen Podcast Burnout von der Leichtigkeit des Seins heute mit einer Folge zum Thema Sport. Lass mich ehrlich zu dir sein. Ich bin kein Sportfan. Das meiste ist mir einfach zu anstrengend. Falls dir das auch so geht, habe ich aber heute gute Nachrichten für dich. Denn Sport muss, ayurvedisch und Burnout-technisch betrachtet, gar kein Mord sein. Im Gegenteil. Heute finden wir dir die Sportart, die nicht nur zu dir passt, sondern die dir auch noch helfen wird, Blockaden und Symptome, die mit Stress und Burnout einhergehen, aufzulösen, ohne dich völlig zu verausgaben. Wir alle wissen es schon lange. Sport entwickelt Muskeln, Kraft und eine gesunde Körperhaltung und reduziert unser Körperfett. Aber nicht nur das. Er verbessert außerdem unsere Verdauung. Das ist nämlich was, was man viel zu selten hört. Und unseren Schlaf. Und er stärkt das Immunsystem. Und das wiederum sind drei Dinge, die fast immer stark in Mitleidenschaft gezogen sind, wenn wir gestresst oder gar von Burnout betroffen sind. Und na klar, er beugt der Trägheit vor und er verzögert das Altern. Deswegen machen diese ganzen Influencer wahrscheinlich auch so viel davon, weil Sport eben jung und schön macht. Aber Sport ist ja nicht gleich Sport. Und wie bei der Ernährung auch, kommt es darauf an, welcher Sport für dich am besten geeignet ist. Denn jeder Mensch ist einzigartig. Und das gilt natürlich auch für sein Sportbedürfnis. Nur eine Sache haben wir alle gemeinsam. Und die wird dich vielleicht überraschen. Ayurvedisch betrachtet wirkt Sport nämlich am effektivsten auf den Körper und auf den Geist, wenn du ihn morgens zwischen 6 und 10 Uhr angehst. Denn dann sind ayurvedisch betrachtet die Prozesse in unserem Körper am behäbigsten, werden durch den Sport angekurbelt. Und das kommt eben dem gesamten System, was den Schwung und die Energie für den Tag angeht, zugute. Außerdem interessant, wie ich finde, ist eine kleine ayurvedische Erfolgsformel, die aus drei Säulen besteht und die besagt, was wirklich wichtig ist, ist, dass drei Komponenten abgedeckt werden. Nämlich etwas, was erstens unsere Kraft trainiert, also wie zum Beispiel Handeltraining oder Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, wie man sie aus dem Kampfsport oder aus Tanztrainings kennt. Sowie etwas, was zweitens unsere Flexibilität und Dehnbarkeit fördert, also Dehnungsübungen kennst du wahrscheinlich auch aus fast jedem Sport. Und drittens die Ausdauer, die ja eigentlich auch fast überall zustande kommt, wenn man es länger oder schneller macht. Zum Beispiel beim Nordic Walking oder Joggen oder Radfahren oder, oder, oder. Bevor ich jetzt zu meinen drei unterschiedlichen Bedürfnistypen, was Sport angeht und die dazugehörigen empfohlenen Sportarten komme, habe ich gedacht, komme ich nochmal auf die Geschichte von Andrea zurück. Von Andrea habe ich in mehreren Folgen schon erzählt. Darüber, wie sie angefangen hat, sich von schwierigen Menschen abzugrenzen. Darüber, wie sie eben auch lange mit ihrem Job gehadert hat. Und in der Folge, wie du deinen Traumjob findest, hast du dann final auch erfahren, wie Andrea diese Fragen für sich auflösen konnte. Andrea hat einen sehr, sehr langen Weg hinter sich und sich mit ihrem Burnout und allem, was dazugehört, sehr intensiv auseinandergesetzt. Coachings bei mir laufen normalerweise in verschiedenen Phasen ab. Und die letzte Phase des Coachings ist immer eine Phase, in der die Betroffenen dann schon gelernt haben, besser auf ihren Körper zu hören und gut einzuschätzen, was eben zu ihrem individuellen Typ passt, was ihnen hilft, was vielleicht ein bisschen gefährlich für sie ist und für ihr Wohlbefinden, wo ihre Stärken liegen und ihre Ressourcen und wie sie diese eben auch nutzen können, um das auszugleichen, was ihnen vielleicht nicht so ganz so leicht fällt beziehungsweise was sie halt stresst. In dieser letzten Coaching-Phase geht es dann mehr darum, meine Kunden noch mal ein bisschen mehr darin zu unterstützen. Das bedeutet, sie bekommen dann in aller Regel eine Liste mit Lebensmitteln, die eben besonders auf ihren Typen und auf die Bedürfnisse, die eben Körper und Geist haben, abgestimmt sind, so dass sie eben ihr Energielevel wirklich auch besser halten können beziehungsweise, dass sie dann eben auch für sich sehen können, wenn das Energielevel droht zu sinken, was sie tun können in ihrem Alltag und woran sie schrauben können, um da dann ganz schnell wieder in die andere Richtung, nämlich nach oben oder beziehungsweise nach vorne zu kommen und nicht wieder in dieses Burnout-Hamsterrad zurückzufallen. Denn das ist das oberste Ziel bei Burnout-Coaching Berlin. Lerne, dich selbst zu erkennen und lerne, dir selbst zu helfen mit den Stärken, die du von Natur aus sowieso mitbringst. Jedenfalls stellte sich dann die Frage, wie Andrea ihren Bewegungsbedarf gut in ihren Alltag einbauen kann und wofür sie sich tatsächlich auch regelmäßig motivieren kann. Naja, und wofür können wir uns regelmäßig am besten motivieren? Natürlich für die Dinge, die uns erfüllen und die uns Spaß machen und die sich halt wirklich gut anfühlen. Andrea hat während des Coachings angefangen mit Yoga und ist damit schon ziemlich gut gefahren und hat vor allem einen riesigen Nutzen auf ihrem Weg aus dieser akuten Burnout-Phase gehabt vom Yoga. Sie hat aber irgendwann für sich festgestellt, dass sie oft so ein schweres Gefühl im Körper hat und dass das Yoga wahrscheinlich nicht ausreichend ist. Sie ist aber selber jetzt auch nicht der Typ, der sagt so, boah, Sport finde ich total interessant, ist mein Hobby und so weiter und so fort. Aber Andrea hat ja, wie ich dir erzählt habe, ihren Traumjob gefunden und angefangen, in einem Schlosspark zu arbeiten. Und dieser Schlosspark ist ein ganzes Stückchen weg. Also der ist nicht direkt bei ihr um die Ecke zu Hause. Irgendwann hat Andrea angefangen, mit dem Fahrrad zu fahren. Und eines Tages kam sie dann wieder zurück und hat mir davon erzählt, dass sie jetzt eben nicht nur Fahrrad fährt, sondern dass sie das unheimlich genießt, morgens den Großteil der Strecke an einem Flussufer zurückzulegen, wo dann die Sonne aufgeht. Und sie sagt, das ist das Erfrischendste und das Erholsamste für Körper und Geist, was sie eben seit langer Zeit gemacht hat. Und so kam es, dass sie das angefangen hat, fest in ihren Alltag zu integrieren. Seitdem fährt Andrea jeden Morgen und jeden Abend insgesamt 20 Kilometer mit dem Fahrrad und fühlt sich super fit und super zufrieden, weil sie eben sagt, dass sie auch, wenn sie manchmal so Wanderausflüge macht oder so, dass sie einfach merkt, dass ihr Körper kräftiger ist, dass er mehr ab kann, dass er auch gegen Krankheiten besser gewappnet ist, dass sie sich also allgemein einfach bärenstark fühlt. Und Andrea hat auch festgestellt, dass im Winter, wenn es nicht möglich ist, mit dem Fahrrad zu fahren, dass ihr das also auch wirklich fehlt und ist meines Wissens auch momentan auf der Suche nach einer Winteralternative. Also, Andrea hat ihren optimalen Workout oder ihren optimalen Sport für sich gefunden und deswegen kommen jetzt hier auch meine Spurtempfehlungen nach den drei Typen beziehungsweise nach den drei Formen, in denen sich ein Burnout klassischerweise äußert und wie immer und wie auch bei Andrea wird sich dein Bauchgefühl beim Hören melden und dir sagen, was am ehesten auf dich zutrifft. Also, achte gut darauf. Los geht's! Die erste Form, das empfindliche oder auch das gestresste Nervensystem. Das empfindliche oder gestresste Nervensystem äußert sich dadurch, dass du zwar einen ausgeprägten Leistungswillen hast, aber momentan irgendwie nicht so richtig ausdauernd sein kannst und ziemlich schnell erschöpft bist. Und das trifft in der Regel nicht nur auf den Sport zu, sondern zum Beispiel auch auf den Job. Du bist eigentlich von Natur aus vielleicht jemand, der sehr lebendig ist, der ständig an neuen Dingen interessiert ist und der es eigentlich gar nicht mag, die immer gleichen Dinge zu tun oder die immer gleichen Bewegungen auszuführen. Und darum liegen dir vielleicht schnelle und schwungvolle Sportarten mehr, in denen kein allzu großer Kraftaufwand gefordert ist, der dich noch mehr auszehren würde, als du dich vielleicht gerade schon fühlst. Wenn du also zu dieser ersten Gruppe gehörst, eignen sich für dich Tanzsportarten, Fechten, Aquafitness, Aerobik und schnelle Ballsportarten, wie zum Beispiel Badminton, Squash, Tischtennis oder auch Radfahren, so wie bei Andrea. Wenn du zu dieser ersten Gruppe gehörst und dein Nervensystem ist ein bisschen ausgezehrt, du schläfst schlecht, du hast viele Sorgen, du hast Gedankenkarussell etc. pp., dann wäre es auch empfehlenswert, dass du die Sportart, die du dir aussuchst, ungefähr jeden zweiten Tag machst und nicht jeden Tag. Wenn du das Gefühl hast, trotz des Stresses usw. usf., dass in deinem Nervensystem so viel Anspannung ist, dass du die loswerden musst und dass du dich doch ein kleines bisschen mehr auspowern musst, dann sind Badminton und Squash perfekt. Auch Yoga oder Tai Chi kann ich sehr empfehlen. Vor allem, wenn du dich wirklich ausgezehrt fühlst und wenn du das Gefühl hast, du hast eigentlich gar keine Kraft, irgendwas zu machen. Denn Yoga und Tai Chi bauen deine Kraftreserven langsam auf, sie kosten keine Kraft oder keine Energiereserven und sie wirken sich eben auch sehr, sehr, sehr entspannend und ausgleichend und regenerierend auf dein Nervensystem aus. Wichtig, wenn dein Nervensystem am Limit ist, dass du im Winter lieber nicht draußen Sport machen solltest, weil das diese Windigkeit, sag ich mal, im Nervensystem noch weiter triggert. Zweitens. Ein zweites, klassisches Burnout-Problem ist, sich selbst zu viel aufzuladen, zu stark anzutreiben und einen Ehrgeiz zu haben, der oftmals über das Ziel hinaus schießt. Das führt langfristig häufig auch zu dem Gefühl des Ausgelaugtseins und diese Problematik tritt auch ganz oft auf in Kombination mit aggressiv genervt sein und dem Gefühl, irgendwie die Langsamkeit oder die Begriffsstutzigkeit von anderen Menschen kaum noch aushalten zu können. Wenn du also auch zu denen gehörst, die manchmal fast übertrieben ehrgeizig sind und gerne auch immer ein bisschen schneller, höher, weiter sein willst und Schwierigkeiten hast, auch mal den Gang runterzuschalten, dann ist es ganz wichtig, dass dein Sportprogramm dosiert ist. Denn du möchtest ja runterkommen davon, und viele Menschen, die von diesem Burnout-Problem betroffen sind, machen den Fehler, sie machen Sport, aber sie übertreiben es auch dort wieder mit ihrem Ehrgeiz, mit den Ansprüchen an sich selber und verlieren eben dadurch dann auch eher Energie und schaffen sich halt noch mehr Frustmomente, anstatt einen Ausgleich und Entspannung im Sport zu finden. damit es nicht passiert, sind jegliche Ausdauer- und Kampfsportarten die passende Wahl, um deinen Körper so richtig auszupauern. Klare, konkrete Anweisungen mit fix festgelegten Zielen helfen dir, es nicht zu übertreiben. geeignet sind alle Sportarten, die im Freien oder auf dem Wasser ausgeübt werden, wie zum Beispiel Schwimmen, Surfen, Skifahren, Klettern, Mountainbiken, leichtes Joggen, beim Joggen aufpassen, nicht länger als 30 bis 40 Minuten und alle Ball- und Teamsportarten. Und du solltest unbedingt darauf achten, wenn du ohnehin schon so ein feuriger, ehrgeiziger Typ bist oder vielleicht einfach im Moment dein Ehrgeiz so stark ausgeprägt ist und du eben auch schnell genervt und auch ein bisschen angefressen bist und so weiter und so fort und ungeduldig, dass du auf gar keinen Fall in der prallen Sonne trainierst, weil pralle Sonne genau diesen Gemütszustand und dieses Körperempfinden eben auch noch verstärkt. Dein Temperament würde überhitzen und deine Energiereserven werden von der Sonne, wenn du in der Sonne, in der prallen Sonne trainierst, einfach komplett vernichtet. Das dritte klassische Burnout-Problem ist die Behäbigkeit. Wenn es also schwer fällt, überhaupt noch irgendwas anzufangen. Wenn man eigentlich den ganzen Tag im Bett liegen wollen würde, obwohl du weißt, dass es besser wäre, das nicht zu tun. Wenn du das Gefühl hast, du klebst irgendwie fest und jeder Schritt kostet unendlich viel Kraft. Gerade dann ist Sport sehr, sehr wichtig. Wenn du nicht nur aktuell das Gefühl hast, dass du ein bisschen behäbiger bist oder dass du längere Anläufe brauchst oder dass du generell immer sehr oft erst mal nachdenken musst und so weiter, bevor du irgendwas anfängst und wenn du gerne gesellig bist, ist Tanzen ein idealer Sport für dich, um eben auch alle Muskelgruppen gleichzeitig oder gleichmäßig zu trainieren. Auch gut geeignet ist das Krafttraining, wo du wahrscheinlich, wenn du zu den etwas Kräftigeren unter uns gehörst, alle anderen immer hinter dir lassen wirst. Ansonsten kannst du Joggen gehen bedenkenlos, du kannst Langstrecken Läufe machen, auch Mountainbiken oder Bodybuilding wären Sportarten, die sich hervorragend eignen für dich, Wandern, Hindernislauf, Speerwerfen, Nordic Walking, Kraft- und Ausdauertraining wie Spinning und auch super, super gut geeignet für dich Rudern. Und auch was die Menge an Sport angeht, musst du im Gegensatz zu den anderen Störungsformen beziehungsweise im Gegensatz zu den anderen beiden Typen gar nicht so sehr darauf achten, dass du dich eingrenzt und dass du es nicht übertreibst. Du kannst, wenn du das möchtest, fast jeden Tag Sport treiben, du solltest dir aber trotzdem zwei Tage in der Woche Pausen gönnen, damit der Körper sich regenerieren kann. Du siehst also, Sport ist nicht gleich Sport und auch der Bedarf für Sport ist nicht immer der gleiche. Es lohnt sich, da genau hinzugucken, es lohnt sich, auf dein Bauchgefühl zu hören und vielleicht, ich muss sagen, vielleicht, weil ich ja so ein Sportmuffel bin, aber vielleicht ist an dem ayurvedischen Spruch, dass wenn man Sport nicht mag, man einfach den richtigen Sport für sich noch nicht gefunden hat, ja auch was dran. Und ja, falls du so wie ich kein Sportliebhaber bist, dann hoffe ich, dass ich dich vielleicht ein bisschen inspirieren und ein bisschen motivieren konnte, etwas zu finden, eine Kleinigkeit, die du regelmäßig machen kannst, ohne dich zu verausgaben und die dir trotzdem Freude bereitet. Das Mantra der Woche kommt aus meiner Kindheit. Aus dem Sportunterricht und lautet Sportfrei. Gesunder Sport aus ayurvedischer Sicht bedeutet, die Hälfte der körperlichen Leistungsfähigkeit zu nutzen. Du solltest dich immer gut und warm und niemals erschöpft fühlen dabei. Die wichtigste Voraussetzung für den Sport ist die Freude daran. Du solltest dir also immer folgende Frage stellen. Was motiviert mich und welche Sportart macht mir Spaß? Trainiere ich lieber allein oder in der Gruppe? bin bin ich ein Wettkampftyp? Was brauche ich? Wichtig ist auch, dass du einen regelmäßigen Rhythmus aufbauen kannst, weil wir sonst tendenziell eher wieder abbrechen. Es ist also besser, wenn du jeden Tag nur fünf Minuten trainierst und das aber als zu bewältigen befindest, als jede Woche zweimal eine Stunde irgendwas trainieren zu wollen und dann aber an dieser Herausforderung zu scheitern, weil sie einfach zu groß ist und zu anstrengend und die Motivation nicht reicht. Also in der Ruhe liegt die Kraft. Während ich diese Folge vorbereitet habe, ist mir aufgefallen, dass ich glaube ich so gut wie nie über die Coachings gesprochen habe in diesem Podcast, was echt auch ein bisschen verrückt ist, denn alles, was du hier hörst, sind ja Erfahrungen, die im Laufe der Jahre auch zusammengekommen sind. Falls auch du mal ein Burnout Coaching bei mir über Burnout Coaching Berlin machen möchtest, dann kannst du jetzt in den Beschreibungstext zu dieser Episode gehen und auf den Link klicken, den ich dort für dich hinterlassen habe. Der führt zu meiner Webseite, wo du dich dann informieren kannst, denn es gibt einmal die Möglichkeit für alle, die nicht in Berlin wohnen und zu weit weg sind, ein Online Coaching zu buchen. Das funktioniert dann über einen Video Chat. Es gibt aber auch die Möglichkeit für alle, die in Berlin wohnen oder öfter in Berlin sind oder in der Nähe von Berlin sind, sich in meinen Konferenzräumen von mir coachen zu lassen. Wie gesagt, klicke jetzt auf den Link zu meiner Webseite und such dir die Coaching-Variante aus, die am besten auf dich passt. Ich wünsche dir viel Freude und gutes Gelingen mit deiner Sportart. Pass gut auf dich auf. Deine Susi Gelingen 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020